Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um Skibos Vorlagen für Prospekt, Magazin oder Zeitungen. Also ich zeige euch, wie Sie zum Beispiel die Sache holen können. Also wenn Sie zum Beispiel die Vorlagen einfach sehen wollen, dann gehen Sie einfach auf Datei und dann drücken Vorlagen. Dann landen Sie einfach hier hin. Wir haben verschiedene Vorlagen hier, zum Beispiel für Broschüren sehen Sie einfach zum Beispiel. Das ist ein Beispiel für Broschüren, die Sie zum Beispiel erstellen könnten. Und Sie sollten einfach den Text ersetzen, die Adresse ersetzen, alles ersetzen und sofort ist es schon fertig. Und Sie können zum Beispiel, wir haben auch weitere Vorlagen, die wir zum Beispiel auch benutzen könnten. Das ist auch ein Beispiel. Sie können das zum Beispiel auch für Zeitungen zum Beispiel benutzen. Und von daher, Sie können die Prospekte oder keine Ahnung benutzen, wie Sie eigentlich haben wollen. Und wir haben noch weitere Vorlagen da, zum Beispiel für Newsletter. Also für Newsletter oder für Magazin oder für Bücher oder Zeitungen können Sie das auch benutzen. Und sogar, wir haben verschiedene Newsletter hier oder Magazin oder für Bücher oder Zeitungen, die Sie zum Beispiel benutzen können. Sie sollten einfach die Sachen ersetzen, zum Beispiel ein Bild hier muss rein. Den Text müssen Sie auch ersetzen mit Ihrem eigenen Text. Und Sie können auch zum Beispiel weiter einfach bearbeiten, wie Sie eigentlich haben. Alles ist schon fertig gemacht und Sie müssen nur ersetzen. Also von daher freue ich mich einfach sehr riesig, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Vielen Dank.